Schandau. Schandau. CSSR, das muss hier sein. Adi 0. 1 zu 33. Eindeutig. Sind wir. Offiziers. Hier ist der Lidl. So ein Sonnenausfahrt muss hier sein. Ich verstehe, ja. Wann, wo geht das los? Da kommst du zu spät. Wie? Guck doch mal das Wetter an. Lange vorbei. Hier, was ist das? Das waren sie. Jetzt geht das schon wieder los. Hier, eine Eintrittskarte. Hier, hat sie eine gute Chance. Okay. Ich such dich. Kunde. Dieser China-Dreck, das ist das allerletzte. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Was hast denn du für Scheiße gemacht? Wo willst denn du hin überhaupt, Günde? Ich will bei der Ausfahrt mitmachen. Ach so, ja. Da kannst du doch helfen. Komm mal mit. Da kannst du mal löwen. Die Kunde wohnen hier. So stehen. Haben wir ein bisschen mit Völkern ausgefahren mit den Chinesen? Ja, das ist Fakt. Ich nehme dich mit. Aber so ein Kimmel-Sung-Roller kommt bei mir nicht in den Koffer rein. Da kostet es ja mal Krabi von innen. Genau. Das fällt alles. Aber du hast Glück. Ich wollte Schlitten fahren. Das Ding finden wir hier. Verschlitten. Fluss. Kannst du nicht? Mach auf. Mach auf! Och Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Ich schenke dir den Schlitten, hau ab mit dem Zeug hier. Und jetzt rein in die Werkstatt. Das war geil, ich sag dir, das war geil. Danke! Nicht vor Sinsern, hey, hey! Wer ihn verwehrt, fährt ihn verwehrt. Kohli Hall. Kohli Hall. Kohli Hall? Ja. Was ist denn gut für einer? Ja, mein Produktausfahr am Rest. Das ist mein Tuning. Das tut, hier ist die Ausfahrt. Muss ich schnell, das wird brutal. Komm mal mit. Okay, okay. Dieser Spritter hier. Komplett. Männchen. Was denn? Was denn? Komm mal hoch, hier ist einfach. Komm schon! Das geht mir aus dem Sack, jung. Da will ich noch was bei den Mobils wieder verwehrt. Bestimmt wieder so ein schöner Scheißdreck, jung. Kann man denn hier nicht mal in Ruhe das Lager aufräumen? Was ist jetzt schon los? Der war gerade einer draußen, da hat er ganz kömmlich geredet. Was will der? Duning! Irgendwas. Duning! Wir müssen mal rausgucken gehen hier. Wir gehen gucken. Ich hab doch hier die Schnauze verlediert. Na ja. Gut. Ach du Scheiße. Was ist das? Was ist das? GTR Fernost. Das Ding ist der Oberhammer. Wir müssen das ein bisschen tunen. Das ist ein Finde. Hier ist die Ausfahrt. Das wird utopisch. Hey, hey, hey. Das... Wie viele Kilometer? Alle. Das Ding ist Katastrophe. Wie? So kannst du nur rumfahren schnell. Nein, das Ding ist Quatsch. Hey, komm rein. Komm rein. Das jemand sitzt hier. Quatsch. Die verklappen dich ja richtig. Geh rein. Ich glaub das wird aber geil, Jungs. Das wird geil. Nimm das Bier. Mach dich auf die Pastelle. Essen die Braten für 10 Euro. Wir kümmern uns dran. Das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Ja. Meister. Was ist denn mit meinem Roller? Das haben wir für dich gebaut. Ist das wegen diesen TÜV? Wenn ein Passant hier, das ist zu spitz. Muss ich telefonieren. ABV, grüße. Wir brauchen eine technische Abnahme. Die Ausfahrt mit Ischer auf dem Teil. Das wird mega. Ah, meine Ikone Hall ruft. Da muss ich kommen. Was gibt's denn? Ach, Meister. Servus. Hier, hier, hier. Das ist ja kurz gefährlich. Stell dir mal vor, da läuft's in alle um auf die Straße. Das sag ich nämlich auch. Du, hier. Ach. Ich denke, das geht. Oh. Also. Na ja, gut. Ähm. Ja, machen wir das. Gibt's hier noch. Ich dachte, dass wir hier jetzt was mitgebracht haben. Ich wusste doch, wer liefert Qualität wie immer. Und dann kommt das dran. Jawohl. TÜV. Ich hab TÜV. Ich hab TÜV. Siehste. Kein Problem. Heute Zeit guten Vorken. Und du hinschöre. Tänik vom Simpsons. Hey, hey. Wär nie verkährt, wär nie verkehrt. Simpsons, hey, hey. Braucht weniger als jedes Pferd. Simpsons, hey, hey. Wär nie verkährt, wär nie verkehrt. Simpsons, hey, hey. Braucht weniger als jedes Pferd. Jedes Pferd. Bis zum nächsten Mal.